Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ein Vlog und zwar gehe ich heute auf das Ed Sheeran Konzert. Das ist der 11. September und heute findet in München das zweite Ed Sheeran Konzert statt. Wir waren gestern schon auf einem, auf dem ersten und heute gehen wir aufs zweite. Und gestern habe ich eher nicht gefilmt, deswegen werde ich euch heute mehr mitnehmen und ein bisschen was filmen, euch einfach Eindrücke zeigen von dem Konzert und ja, ich freue mich. Das Beste ist, ich habe direkt im Anschluss Berufsschule in München, das heißt, ich werde wahrscheinlich gar nicht nach Hause gefahren, also wenn das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Und morgen am Montag, dem 12. September, findet das dritte Ed Sheeran Konzert in München statt. Und ich denke, ich werde eventuell alleine morgen da hingehen. Dann war ich auf allen dreien und das wäre mega, mega cool. Aber wir werden sehen, falls ich hingehe, entweder gibt es dann einen zweiten Teil oder das Video wird einfach sehr lang. Und falls nicht, dann kriegt ihr halt das von heute. Ihr kriegt übrigens auch noch ein paar Clips von gestern. Ein bisschen was habe ich gestern auch aufgenommen, aber nicht viel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Untertitelung. BR 2018 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 ... 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 So Leute, das war's mit dem Video. Ich wollte mich jetzt noch von euch verabschieden und noch ganz kurz sagen, dass die drei Konzerte wirklich mega hammer, mega geil waren. Also echter Burner. Es hat so Spaß gemacht, zu jedem Konzert hinzugehen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, zu jedem Konzert von ihm in München zu gehen. Die Show war mega schön. Es ist krass, dass er jetzt eine Band hat und Feuerwerk. Und das ist einfach was ganz Neues von ihm. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt. Und am letzten Abend mit den Stehplätzen war auch mega, mega schön. Da habe ich noch ein paar Aufnahmen gemacht, um zu zeigen, wie geil wir da dran waren. Also wirklich mega, der Burner. Es lohnt sich übertrieben, vor allem für das Geld. Ihr kriegt bei ihm keine Karten für über 100 Euro. Es ist alles noch unter 100. Sitzplätze der ersten Kategorie sind 97. Und Stehplätze und Sitzplätze der zweiten Kategorie sind beides, ich glaube, 87. Ja, also es ist wirklich mega. Das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte die schönsten drei Abende meines Lebens, denke ich mal. Und es war wirklich, wirklich toll. Dann, danke schön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.